Honorius II. Ursprünglich Lambertus Genabecki war von 1124 bis zu seinem Tode Papst. Leben Honorius II. stammte aus einfachen Verhältnissen und war im Jahre 1117 zum Kardinalbischof von Ostia ernannt worden, in dem nach der Wahl von Papst Gelasius II. entbrannten Konflikt zwischen den Anhängern des neuen Papstes und der kaiserlichen Partei, die von den italienischen Frangipani unterstützt wurde, stellte Honorius sich auf die Seite des Papstes und floh mit ihm zusammen in das Exil nach Frankreich. Auch nach dem baldigen Tode Gelasius stand Honorius auf Seiten der päpstlichen Kurie und wurde ein loyaler Gefolgsmann des neuen Papstes Kalix II. Kalix II. nutzte das diplomatische Talent des Kardinalbischofs für den Versuch einer Verständigung mit Kaiser Heinrich V. Tatsächlich hat Honorius II. nicht unerhebliches Verdienst am Zustandekommen des Wormser Konkordats und der mit diesem verbundenen vorläufigen Klärung des Investiturstreits. Auch die Stimmung der Frangipani gegenüber Honorius wandelte sich. Nach dem Tode Kalix II. war Tebaldo Bucapicus bereits zum Papst gewählt, als die Frangipani Honorius als Gegenkandidaten aufstellten. Dieser wurde am 15. Dezember 1124 gewählt und am 21. Dezember intronisiert. Honorius freilich wollte angesichts der unklaren Legitimität seiner Wahl das Amt nicht akzeptieren. Durch die hierdurch gezeigte rechtliche Gesinnung gewann er freilich auch die Anhänger Bucapicus für sich, der daraufhin auf die Tiara verzichtete, sodass Honorius I. sein Amt antreten konnte. 1126 erkannte er auf Ansuchen des heiligen Norbert von Xanten den Prämon-Stratenser-Orden an. Während seines Pontifikats war Honorius nicht ohne Erfolg um eine politische Stärkung der Kurie bemüht. In den innenpolitischen Konflikten des heiligen Römischen Reiches stellte er sich auf die Seite König Lothars III. und sprach den Kirchenbann über den Staufischen gegen König Konrad aus. Die Frangipani stärkten derweil den Einfluss des heiligen Stuhls in Oberitalien. Nach fünfjährigem Pontifikat starb Honorius II. im Jahre 1130.